Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Coop kann man auch gut und günstig essen und auch noch in einer gemütlichen Atmosphäre, wie man es da gerade sieht. Herr Zauk, wie viel Coop-Restaurant gibt es eigentlich? Über 100, mehrheitlich mit Selbstbedienung. Wenn ich mir vorstelle, jeden Tag hunderte preiswerten und abwechslungsreiche Menü zu kochen, was für ein Rezept kennt ein Koch? Das beste Rezept ist die grosse Erfahrung, die man sich im In- und Ausland in verschiedenen Hotels und Restaurants angeeignet hat. Alle Köche in den Coop-Restaurants sind qualifizierte Fachleute, die ihr Handwerk verstehen. Und, das darf man ruhig sagen, Sie wurden mehrfach ausgezeichnet. Jawohl, ich habe am Salon Culinaire Mondial eine Gold- und Silbermedaille gewonnen. Herr Zauk, was würden Sie jetzt unseren Zuschauern im Coop-Restaurant besonders empfehlen? Nebst dem guten und günstigen Menü können Sie Ihrem Coop-Restaurant jetzt eine neue Dessertidee aus Amerika probieren. Donuts, das ist frische Patisserie in gluschigen Variationen. Die Donuts sind in den Coop-Restaurants täglich frisch. Jawohl, ich zeige Ihnen vielleicht gerade, wie man das zubereitet. Ist das der Boden da? Nein, das ist der Boden. Ich habe das vorher schon vorbereitet. Und jetzt eine von den feinen Donutsfüllungen? Jawohl, eine feine, frische Vanillecreme zum Beispiel. Wo man auch eine Schokolade nehmen kann. Jawohl, man kann auch eine Schokoladecreme oder nichts anderes Creme drauf tun. Und jetzt hat es auch, kommt da noch Deckel drauf? Jawohl, da ist der feine, süße Überzeug drauf. Ja, das ist glasiert. Und dann noch mit grösseren Mandeln dekorieren. Prostig, ja. Herzau, danke schön. Also, so viele verschiedene Donuts gibt es. Und die Auswahl von den Donuts ist in jedem Coop-Restaurant auf den Publikumsgeschmack abgestimmt. Sie sehen, bei Coop sind Sie gut bedient. Und Coop hat für Mängel guten Kaffee daheim gerade noch eine echte Coop-Sonderleistung. Jetzt läuft nämlich bei Coop gerade eine Grossaktion von löslichem Kaffee. Und zwar von den bekannten Qualitätsmarken Moca Gold, Incarom, Nescore und Nescafee Gold. Achtet Sie auf die Plakate an den Coop-Schauffeistern. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Und gehen jetzt noch ins Coop-Center für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Hier noch das aktuelle Angebot vom Coop-Fotoservice. Jetzt gibt es Farbfotos extra gross, statt für 80 Rappen nur für 60 Rappen. Und bis zum nächsten Zistig. 250 Gramm Jubilor Bohnenkaffee, statt 3,80 Rappen nur für 30 Rappen. Und 500 Gramm statt 7,10 Rappen nur für 60 Rappen. 900 Gramm Onkel Benz Reis, statt 2,80 Rappen nur für 2,30 Rappen. Ein Doppelbecher Tamtam Flan, statt 90 Rappen nur für 70 Rappen. Zwei Fox Citroen, statt 4 Franken nur für 3 Franken. Und als aktueller Preisschlager, zwei Abwäschbürste im Duopack für nur 1,30 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Liter Himbeersirup, statt 3,45 Rappen nur 2,90 Rappen. Profitieren Sie morgen von diesen Angeboten in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017